Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ja, ich habe ein hässliches Auto, das wissen alle schon, dass mit hässlicher Farbe, ja. Ich bin ein Mädchen heute, nein, nein, Spaß. Ja, dieses Part 19 meines Let's Plays, die nächste Mission ist von Roman und die heißt Logging On. Die ist eigentlich sehr einfach, beziehungsweise langweilig. Ähm, aber da mir jetzt gerade nichts besseres einfällt, außer zu Let's Play und das war noch das langweilige Teil hier, dann kann ich das nicht ändern und dann machen wir das jetzt einfach. Ähm, naja, ähm, ich habe zur Zeit irgendwie gar keinen Bock auf GTA San Andreas, ich weiß auch nicht wieso, woran das liegt, wieso ich das nicht mag, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade irgendwie am Anfang zu null Bock habe, irgendwas zu a machen. Ja, ja, du setzt dich an einen dieser Computer, äh, nein, Spaß, Computer Terminals. Äh, ja, wie, da haben wir so einen Mädchencomputer. Äh, ja, okay, mein Konto wurde aktiviert, verlasse das Internetgerät. Ähm, hier ist noch ein guter Trick, man kann die Kasse aus Raum oder kommen, bei mir war jetzt gerade 100 Dollar, weil normalerweise, das war die Mission, tatsächlich. Ja, okay, dann sag ich noch, dann sag ich Reingehau und Wiederschauen und bis zur nächsten Folge und... Oh, ne, der Anruf nimmt man noch mit. über Tötte Tötte impf die if you would like to join me to be expressions bei dem